Wir haben Hubert Neubacher zu Gast im Talk.Osterreicher Mithafenpatent und ein weiterer Mitgast ist ja auch Peter Urban. Wir kennen sie, die Stimme des ESC. Und wenn ich an Österreich denke und ich rede auch immer für Peter, dann denken wir natürlich auch an Conchita Rost. Hubert, kannst du Rise Like a Phoenix singen? Schließlich hast du auch einen Bartowert. Genau, das ist auch das Einzige. Also ich könnte mir eine Perücke aufsetzen und ich könnte vielleicht auch im Kleid auftreten. Ich kann aber nicht singen. Das kann ich leider nicht liefern. Das tut mir sehr leid. Vielleicht, vielleicht ja nächsten Mittwoch beim Talk der offenen Tür wird er wie ein Phönix aus der Asche steigen. Okay. Wir freuen uns.